Gut. Basti, was hast du? So, also. Völlig absurde Weg heute. Ich telefonierte vor kurzem mit meinem Pressekontakt bei Teufel und dann sagte er mir, pass mal auf, bei uns ist gerade ein Radio. Voll der Verkaufsschlager. Du, pass mal auf, es ist 2018. Radio? Nee. Doch, doch, doch. Erzähl mir keinen Quatsch. Doch, mega Ding gerade. Schickst du mir mal, ich glaube, nämlich kein Wort. So, schick dir mir also ein Radio. Ich hab das hier mal vorbereitet. Ja. Und zwar das Radio 360 von Teufel. Und Spoiler vorneweg, es ist ein Radio und ich finde das gut. Das ist, da könnte ich jetzt schon aufhören, das ist nämlich wirklich schockierend. Es ist so ein Radio mit so einer ausziehbaren Antenne und zugegeben, ich hätte es mir nicht schicken lassen, wenn ich nicht drei Sekunden vor was drüber gelesen habe, weil das ist natürlich deutlich mehr als ein Radio. Also es ist natürlich ein Radio, das hat DAB drin, das heißt, man kann, man kann digitales Radio empfangen, ähm, man kann jetzt hier gerade nichts hören, das ist auch vielleicht für, aus GEMA-Gründen sowieso besser, weil ich das hier nicht ins WLAN eingebunden habe, weil das Ding hat natürlich nicht nur Radio drin, das Ding hat Spotify Connect drin, das Ding kann Internetradio, das Ding kann Bluetooth, das Ding kann von USB-Massenspeichern, ähm, Musik abspielen, das Ding hat, ähm, ein Aux-In und, äh, ja, was man halt so haben möchte. Und das ist relativ, relativ lässig. Es kann auch irgendwie von, ähm, DNA-Servern und Clients spielen und ich müsste es halt jetzt hier ins, ähm, ins Netz reinhängen und ich finde, und das hat mich so auch so ein bisschen überzeugt, also diese ganzen Sachen, die sind für mich ganz fantastisch, besonders Spotify Connect macht für mich sehr, sehr viel Sinn, ähm, und ich finde, das Ding sieht tatsächlich relativ hübsch aus. Das ist jetzt nicht das größte Ding, das ist so groß wie so ein Play 3 von, ähm, von, äh, Sonos und eine Sache sehen wir, die, zumindest die Leute, die Video gucken, ist, ähm, das hat unten nochmal so ein, ne Membransitzen und das ist hier einfach ein, äh, Subwoofer, der da zusätzlich mit drin ist, zusätzlich zu den, zu den hohen Mittentönern oben und dadurch klingt dieses Ding halt relativ satt im Vergleich zu, zu anderen Geräten in der Größenordnung und das gefällt mir tatsächlich relativ gut. Es hat Schnellwahl-Tasten, was für mich, äh, das hab ich ja in meinem Soundtouch 10 immer sehr, sehr geschätzt und das hat einfach Schnellwahl-Tasten für die verschiedenen Dinger, das heißt, wenn ich jetzt hier Spotify auswähle, gewählt habe als Quelle, könnte ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 direkt zum Beispiel Playlisten oder so anwählen, oder, oder ich kann mir vorher über eine Web-Überfläche, die wirklich scheußlich ist und das ist mein einzig, eigentlich mein einziger, ja, einer meiner, einer meiner zwei Kritikpunkte, diese Web-Überfläche für Internetradios einstellen, ist scheußlich, komme ich gleich nochmal drauf, aber auf jeden Fall kann man sich über diese Web-Überfläche Internetradios hinterlegen und die auch auf die Tasten legen, ähm, das funktioniert ganz gut, man kann sich, äh, Wecker damit stellen, also es funktioniert auch einfach als, als, ähm, ja, Radio-Wecker für den, für das, für den Nachttisch, so heißt es auf Deutsch, ähm, und es hat einfach zwei große Drehknöpfe, Timo, großer Fan von Drehknöpfen, ähm, kannst du dir das Ding einfach in den Golf stellen, dann kannst du auch Drehknöpfe haben für die Laufstärke und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Läuft es auf der Batterie? Nee, ne? Nee, das läuft hinten, hat hier so ein Netzteil, das, äh, einer, einer der, der Kritikpunkte, das ist, das Gerät ist eigentlich für meine Verhältnisse, äh, für meinen Geschmack zu groß, als dass es ein externes Netzteil haben müsste, hat's aber, das heißt, es hat halt hinten so einen 12-Volt-Stecker, den man da reinsteckt, kann man machen, äh, ich hätte da lieber einfach so einen Euro-Stecker gesehen und ein eingebautes Netzteil. Hey, 12 Volt, das kann der Alex sich ins Handschuhfach legen. Sehr gut, ja gut, dann ist es natürlich was anderes. Ähm, genau, der nächste Nachteil ist diese, also da ist halt irgendein OEM-Chip drin, der macht halt diesen ganzen Spaß, also dieses ganze WLAN und, und Spotify Connect und was weiß ich was, ähm, und zusammen mit diesem OEM-Chip kommt halt eine Web-Oberfläche des Herstellers und die ist einfach, die ist scheußlich, das ist einfach die Pest und, ähm, ja, das ist so, das ist ein, ein Nachteil und was halt, was dazu kommt ist, das Display ist halt, das ist, ähm, das hat sehr viel Retro-Charme, sagen wir mal so, es ist halt so ein, so ein Dot-Matrix-Display, das ist halt nichts Besonderes, es tut aber sein, es tut seinen Job, es ist ein bisschen beleuchtet und, so im Großen und Ganzen finde ich ein sehr, sehr schönes Gerät, das sehr, sehr gut klingt und sehr, sehr, sehr laut kann und das ist schon, also die Lautstärke ist schon echt beeindruckend, ich empfehle euch wirklich, ähm, wenn ihr eine, wenn ihr das in euer WLAN einbucht, schaut, dass ihr ein WLAN habt, das eine WPS-Taste hat, sonst wird das die Pest, weil man muss halt über Drehräder sonst das Passwort eingeben, also da lohnt es sich kurz, in die Fritzbox einzuloggen und den WPS-Knopf zu drücken, um den, um die, das Pairing zu machen, und das funktioniert dann aber auch, ähm, wirklich problemlos und sonst finde ich ein sehr, sehr schönes Gerät, das tatsächlich jetzt bei mir das Soundwatch 10 am Schreibtisch abgelöst hat, so hat jetzt sich hat meine Frau unter den Nagel gerissen, ähm, und ich höre jetzt, äh, ich höre jetzt tatsächlich nur noch mit dem, weil, ja, also, weil es mir halt optisch gefällt und weil das, gut kann, zugegeben, ich benutze die DRB-Geschichten nie, also, für mich könnte diese, Soll ich dir mal zwei, drei schicke Sender empfehlen? Ach, Larifari, ähm, ne, wirklich gut, äh, ich bin zum Beispiel sehr froh, dass ich mir DRB ins Auto geklickt habe, sehr gut, ja, schön, beim Tesla hast du halt Spotify integriert, ja, finde ich persönlich, wäre für mich deutlich sinnvoller, ähm, ja, grundsätzlich, also, wer Radio gerne mag, der wird auch hier die, die, äh, Retro-Antenne sicher ganz toll finden, und, ähm, also, mich hat tatsächlich alles andere an diesem Gerät mehr überzeugt, als das DRB, aber das DRB kommt halt so kostenlos mit, es steht oben im Arbeitszimmer, da hat meine Frau auch ihr Arbeitszimmer, das heißt, die macht halt ab und zu auch mal Radio an, ähm, das kann man schon machen, ähm, kostet 280 Euro, das ist tatsächlich nicht ganz günstig, liegt aber zum selben Preissegment, wie die, äh, wie die Konkurrenz in der Größe, und, wie gesagt, halt, da hat er zusätzlich noch die DRB-Geschichte dran, und sonst alles, was, was die Konkurrenz, also, da ist halt Sonos und, und Bose in der, in derselben Preisklasse, ähm, hat sonst auch alles drin, was man so haben will, braucht keine App, also hat keine App, und braucht keine App, weil es keine braucht, und, äh, genau, das ist doch schon alles, was ich zum Radio 360 sagen kann, und, ähm, ich werde halt jetzt statt das Leihgerät zurückschicken, Geld zurückschicken, weil es mir tatsächlich gut gefällt. Sie haben bei Teufel halt immer relativ lange Tests, äh, Zeitraum von acht Wochen hier, genau, ähm, das kann man sich eigentlich ganz gut immer anhören, ob man damit zurechtkommt, oder in den, äh, ganz netten Laden in Berlin reinlaufen, und sich das da anhören. Also genau, wenn man da mal isst, generell, dieses ganze Einkaufszentrum ist einfach schön, wo dieser Laden drin ist, weil einfach auch kein Schwein da drin ist, weil sich es keiner leisten kann, was da verkauft wird, aber sonst, der Laden dort ist auch schön, einfach mal angucken, und dann kann man, ähm, sich da auch mal so ein bisschen reinschillen, und, äh, die Leihgerät, gehen in die Leihgerät angucken. Und sie haben so ein, zwei Hipster-Restaurants, wo man auch mal hingehen kann. Wo ist denn das? Bikini Berlin, ähm, das heißt halt so, in Berlin, wie groß ist Berlin schon? Also nicht groß genug für einen richtigen Flughafen. Oh, oh je. Gut. Okay, wir linken den, dann könnt ihr euch den anschauen. dann könnt ihr euch den anschauen. und 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 dann könnt ihr euch den anschauen.